Ja, ich warte lieber drauf, dass der Hund näher kommt, weil dann kann ich den vielleicht mit dem Reaching Swing treffen. Ich mach mal, ich geh mal einen nach vorne hier, dann muss der außen rum gehen. Nein, dann kann ich dich doch nicht mehr treffen mit meinem Heil-Shit. Du hast doch gar kein Heil-Shit. Doch, meine Aura, die ich attached habe an meinem Dings, wie jeden trifft, der direkt neben mir steht. Ja, ich stehe ja quasi direkt neben dir. Ich glaube, die Fähigkeit sieht das anders aus. Musst du dich halt einmal lang machen. Ich glaube auch, die Fähigkeit sieht das anders aus. Dann passt das schon. So, siehst du, hat nämlich nur Jasmin getroffen. Na guck, siehst du, der Hund, der ist jetzt nämlich komplett... Außerdem, ich brauch ja keine Heilung. Ich hab 80, ich bin full live. Da, guck, jetzt kann er nämlich gar nichts mehr machen. Heil ich mich? Hau drauf. Schade. Boah, das war eine gute Entscheidung. Einfach mit Hass. Richtig mit Hass. Keiner von uns hat mehr Angriffe, ne? Hau drauf. Hass. Was war das denn? Der hat sich hier lieber draufhauen können. Hinter ihn? Ja, aber trotzdem. Ich verbrauche jetzt alle meine Karten. Das soll sich richtig lohnen. Guck mal, wenn der immer auf sich draufhaut, dann bist du tot. Oh, guck mal, er da hinten meldet sich auch noch mal zu Wort. Er hat aber keine Karten mehr. So, jetzt knüffel ihn nieder. Jetzt willst du aber... Du stehst so mit dem Rücken dazu. Eigentlich hättest du die Karte aber gar nicht verbrauchen müssen, oder? Äh... Die gibt aber, glaube ich, trotzdem... Die gibt Penetrating. Ja, hau raus jetzt dann. Penetrate. Ich penetrate ihn jetzt so. Zack. Krass. Ja, der Hund will's doch auch. Nenn ich den Penetrator. Ja, ich steh hinter ihm. Sebastian ist nicht dran. Ja. Lass mich bitte meine Taktik überlegen. Es ist ein... Noch ist es... Sehr, ne? Oder vielleicht möchtest du dich halten. Meine Taktik heißt Rennen. Ich... Also ich geh jetzt... Ich hau dem jetzt sofort eine rein. So, das war's. Zack. Easy Game. War da was? So, guck. Jetzt können wir hier die Holde Maid befreien. Ah. Ach, haben wir schon. Okay, easy. Die stehen auch alle irgendwie auf Bondage. Die sind alle immer angekettet. Ja. Oh, was ist das? Oh, ich hab voll den krassen Shit bekommen. Nee, mein Shit ist... Krass, dass ich ihn nicht anhabe. Brau ich nicht. Brau ich nicht, aber gibt 40 Gold. Weg damit. Brau ich nicht. So. Und jetzt... Da. Martial Arts Skill, ja? Martial Skill. Entschuldigung. Und zwar... Do I attach this card to yourself duration free? No. Verzeihung. Das ist die zweite Waffe, ja. Ich bin jetzt Ultra. Die Jobs habe ich. Keine. Job, 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 job. Job, 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 job. Penetrating. Der Penetrator Wizard. Habe ich. Und der kommt da rein. Tada! Take all and finish. Okay. So, die Reise geht weiter. Furchtlos stürzen Sie sich direkt ins nächste Abenteuer. Ihr braucht doch irgendwie einen Erzähler. Nico hat ja gerade nichts zu tun, ne? Soll den Erzähler machen. Äh, ja. Ich bin jetzt aber raus, weil ich muss gleich los. Ach, schade. Ja, und Wannu? Ja, ähm. Wir sagen Jasmin schon mal Tschüss. 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 Und schreiben Nico an. Ja. Ja, stimmt. Dann müssen wir jetzt meine Kampagne hier weiterführen. Ja, dann, ja, pass auf. Ich schreibe dann schon mal Nico an. Du machst den ganzen anderen Cheat. Exitus. So. Äh. Wie verlasse ich hier die Gru? Alt F hier. Quit. So. Einfach Spiel ausmachen. Ich bin sofort wieder da. Ja. So, und ich werde in der Zwischenzeit meinen Charakter wieder wechseln. Auf meinen geilen... Coolen... Typen hier. Ich gehe eben auf die Tür. Kannst du mehr von uns? Ah, das sind die Informationen, die man haben musste. Yeah, wir auch. Sebastian ist joined your team. Ja. Okay, YOLO. So. Ich habe Nico jetzt gesagt, der soll in die, äh, Aufnahmegruppe kommen. Das ist voll cool. Ich habe... Oh, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Und dann, äh, verlasse ich meine aktuelle Gruppe hier einfach mal. Sir, sind sie bereit, richtig auf den Käse zu hauen? Ja. Jawoll. Sehr schön. Ich war zwar, ich war zwar, ich war zwar gerade im dritten Kampf von dem Abenteuer, aber ist egal. Ich möchte nicht mehr spielen nochmal. Unwichtig. Das Squad braucht dich. Ah, diese Drecksaffen, ne? So, okay. Ich habe gesehen, ihr habt das gerade mit Yasmin gespielt. Ja, Yasmin hat eine neue Kampagne angefangen und, äh, wir haben ihr etwas unter die Arme gegriffen. Achso, ich musste jetzt erstmal, äh, meine Party wieder ändern. Ich habe ja jetzt nochmal einen neu erstellten Charakter drin. Jetzt muss ich natürlich wieder auf Ylia wechseln. Buffalo Soldier, in the heart of America. Genau, der. So, so wollte ich das gerade auch sagen. Ähm, ja, was steht uns denn hier für atemberaubende Abenteuer zur Verfügung? Was, 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 welchen, welchen Level müssen wir denn jetzt machen? Oder macht ihr jetzt? Wir machen jetzt alle Level. Alle Level? Ja, das wird ein 48 Stunden streamen. Nein, ich habe Level 8. Ich muss mal so. Level 8. Level 8? Oh Gott. So könnte ich was kurz meinen, meinen, äh, meine Waffen umräumen. Also, ich würde ein, ich würde ein Level 7 Adventure starten. Level 7 Adventure, okay. The Throne of Strange. Oha. Gefahr, Gefahr, Alarm, Alarm. Genau. Ich würde sagen, ähm, Level 16, da kommt man, glaube ich, nicht so gut dahin. Könnte problematisch sein. Ja, Sekunde, ich muss kurz aufräumen. Oh, jo, jo, jo. Oh, jo, jo, jo. Oh, jo, jo, jo. Sortierend bei Level. Tja. 6, 9. Gut, gut. Ähm. Wir machen ein bisschen was raus. Wir können in der Zwischenzeit... Ist Robin auch noch da? Jo. Sehr gut. Ich muss nur gleich, äh, meiner lieben Freundin helfen. Einmal kurz. Aber dann bin ich wieder voll am Short. Oh je, oh je, warum das denn? Weil Korsett anziehen alleine ziemlich schwierig ist. 7 hast du gesagt, ne? Ja, also das Adventure ist 7, genau. The Throne of Strange. Strange? Ja, Strength. Nee, Strange. Mit NCH. Nice. So wie Stench, nur mit R. Alter, meine Low-Level-Sachen sind so kacke. Sebastians Laser-Zwerg ist einfach der Shit. Der ist voll geil. Der kann einfach alles. Der Laser-Zwerg der Vernichtung. Der ist voll Laser, wenn der abgeht. Ohne Scheiß. Ihr lacht alle. Ja. Aber der macht alles fertig. Vor allen Dingen trinkt er drei Waffen. Ich weiß gar nicht, wie. Der macht voll den Zorro. Ja, easy. Der hat ein Knüppel, ein Breitschwert und eine helle Bade. Läuft. Wenn dunkel ist, leg dich nicht mit dem an. Ja. Wenn dunkel ist, leg dich nicht mit dem an. Ich glaube, wenn dunkel ist, musst du ja aufpassen, dass du dich nicht mit sich selber anlegst. Ich glaube, das müsste gehen. Hoffe ich mal. Startet das Abenteil dann, oder? Ja. Ich helfe nur gerade Jasmin. Ja, komm. Aber ich kann schon mal The Throne of Strange beginnest. Und dann, wenn du dich nicht mit dem anlegst. Ich bin da. 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 Ich hoffe mal, dass das trotzdem irgendwie nicht funktioniert. Ja, ist dir egal. Hauptsache, wir überleben das. Ja. Und die erste Person, die dran ist, ist AFK. Meine Damen und Herren, das ist Organisation. Unfassbar, was sich hier wieder zuträgt. Unglaublich, dass es an keinem Donnerstag funktioniert. Das war einfach so zu machen, dass es reibungslos klappt, aufzunehmen. Nein, nein. Immer muss irgendwas dazwischen kommen. Sehr schön. Das wäre doch langweilig. Mann, ey. Ja, aber weißt du, gerade beim Spiel wie Card Hunter, wo echt nix passiert, wo du nicht mehr Hintergrundmusik hast und alles. Tja, pass auf, dann... Du kannst ja ein bisschen den Tisch verschieben und mal ein bisschen die Karten angucken, die da auf dem Tisch liegen oder das Notebook. Ja, was soll ich die Karten verschieben? Jetzt sehe ich keine Männchen mehr. Jetzt sehe ich hier Tisch. Tisch kann den Durchgang blockieren. Feine Masung des Häusers, muss Eiche sein. Oder Buche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, ich bin jetzt da an der Stelle, okay. Super, dass ich jetzt Fire Slater mit habe und kein einziger Fire Slater mit habe. Aber das ist super. Du möchtest einfach mal irgendwie weit nach hinten. Auch gut. Oh, fand er nicht gut. Sebastian kriegt mein Agro ab. Das ist mir nicht gut. Ich habe mich extra vor dich gestellt. Damit du nicht hops gehst. Ja, das ist sehr nobel von dir. Ich heil dich ja auch. Ah. Sehr schön, sehr schön. Da guckt, wir können ihn sogar wegmachen, wenn du deinen Tricky Step gleich machst. Und ich meine, Shifty Step, Stab wie die kaputt. Da, siehst du, der kann hier nicht nix mehr machen. Dann, Shifty Step ihn mal. Zack. Richtig Shifty habe ich ihn angestappt. Zack. Voll Shifty angestappt. Zack. Boah, die schlucken aber auch gerade. Das ist unfassbar. Ich nehme den Healing Pulse mit. Den finde ich ganz gut eigentlich. Packe meinen Koffer unten hier mit. Ein Healing Pulse. Genau. Schön. So sieht das aus. Au. Ey. Was ist das? Ja, ich glaube, ich benutze den mal, ne? Von wie aus? Wenn es nicht zu viel Umstände macht. So, hier. Schluck Gieß, du Klappergerüst. Okay. Haben die noch was? Ich glaube nicht, oder? YOLO. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der eine hat aber bestimmt noch Rüstung. Ich zauber den mal Fragile, oder? Der Zweier? Nee, das den nehmen. Der 15er. Was soll der 15er von hier aus? Der hat zumindest dieses Design, als hätte der noch Rüstung. Guck mal, wie sie weglaufen. Der Herr Sebastian. Attacke hier. Ey, bei mir ist die Karte irgendwie... Ach, jetzt ist die richtig angezeigt. Okay. So, ich bin sofort wieder da. Jo. Bastard. Och nee, im Ernst? Oh ja, na gut. Was sagt das Wetter? Ist bewölkt? Kommst du doch von da oder nicht. Nein, komm. Oh. Ich schätze mal, Windgeschwindigkeiten von 3 kmh? Also, es könnte kalt draußen sein. Ich weiß nicht, ich bin ja später draußen. Aber es sieht frisch aus. Also, ich würde mich vermanziehen. Waren sie auf jeden Fall warm anziehen. Ja. Sonst, also, die Erkältung ist nicht schön. Gerade in diesen Zeiten, da muss man eigentlich entspannt zu Hause vorm Kamin sitzen. Möchte eigentlich gar nicht großartig raus. Oh, next player. Geht ja schon weiter hier. Wahnsinn. So, und los geht's. Wie ein Schaden? Echt? Nein. Oh, Lucky. So, was wird er als nächstes tun? Wir sind gespannt. Bäm. Ein Zauberer am Stab. Tja. Robin, heim ich. Robin ist ja gerade... Ja, ich bin... ...beschäftigt. Oh, Mann, ey. Und sonst so. Frauenkinder, wie geht's denn? Boah, lebt sich, lebt sich. Und selber. Ach ja, nee. Ja. Meinen Kindern FIFA 1 bis 13. Ich sage dir, du... ...dat waren noch Zeiten. Er bewegt sich. Was? Ey, in der Herzen wurde eine Karte, du leckst mich am Arsch. Hör auf. Alles klar. Auf ins Gefecht. Ich mach so... Ja, weißt du, ich bin gerade so... Ich muss sagen, ja, Card Hunter ist ja wirklich ein Spiel, das hat nicht viel Action, ne? Ich bring jetzt ein bisschen Action ins Spiel rein, indem ich einfach mit der linken Hand spiele. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen Movement rauszuhauen. Robin ist dran. Ja. Robin kann den linken wegmachen, dann mach ich den Zweier da weg und dann haben wir alle gute Laune. So. Voll. Sehr schön. Dann komm schon ganz schön die Karte auf den anderen. Zwei. Lup. So. Ja. Das hat doch super funktioniert, würde ich sagen. Ja. Collect Loot. Wow. Wow. Ich verstehe nicht, warum ich Chests bekomme, die mit Sachen, die ich für meine Klasse gar nicht benutzen kann. Weil du für alle bekommst. Ja, aber ich habe bislang in keiner Truhe was bekommen, außer ein Schild in den letzten 10, 15 Truhen. Ja. Für meine Klasse. Waiting for Team. Dann wirst du einfach eine andere Klasse aus und nicht mehr kriegen. Return of Warframe. Warframe war super. Ja. Warframe. Oh, Robin ist dran. Aber ich muss auch sagen, Warframe wollte ich mir in meiner letzten Zeit wieder angucken, aber es ist schwierig, da wieder einen vernünftigen Durchblick zu bekommen. Was für die ganzen Neuerungen, die es da gegeben hat. Ja, es kam ja auch die, die, also dieses riesig große Update raus mit der, ähm, offenen Karte, ne? Ja. Nur was ich... So eine Open World Karte da rausgebracht. Was ich halt nicht verstehe, dass die das da jetzt reingebracht haben, dass die zwischen Planeten, den Planeten so Tunnelsystem, so, so Wegsysteme gebaut haben, die man erstmal freischalten muss mit irgendwelchen Missionen. Die Mission habe ich gemacht, aber der, 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 das wurde mir nicht angerechnet. Komischerweise. Weil dann hast du irgendwas anders. Ne, ich hab wirklich, also die Mission mit dem gleichen Namen und alles Missionstil erfüllt und so, zack, nö, immer noch auf Null gesetzt. Aber ich verstehe auch nicht, du kannst alle Planeten so bereisen, warum dann die Tunnelsysteme dafür brauchst. Ähm, weil du vorher schon gespielt hast und die Garten-Sachen schon freigeschalten hast. Wenn du jetzt neu anfangen würdest, dann müsstest du halt von Null nach Hundert machen, aber du kannst ja nicht einfach den Leuten, die schon die ganze Ewigkeit spielen, den ganzen Zugriff auf die alten Missionen, die sich schon freigeschalten haben, wieder verwehren, das ist ja blöd. Ja, aber das Problem ist halt, um einen Warframe freizuschalten, den ich eigentlich ziemlich cool finde, muss man so ein Tunnelsystem freischalten. Aber ich krieg das halt nicht freigeschaltet, weil der mir die ganzen Ziele nicht hier anrechnet. Ne? Oh, weiß nicht. Äh. Ach komm, ich geh mal nach jedem. Ich fang den ersten Mal direkt an der Ecke ab. Da, siehste, da kommt er doch schon. Arsch mit Ohren. Und dann sowas. Das ist halt echt cool. Aber sei Dank. So. Hä, ich darf doch zwei Felder laufen. Mit der Karte. Okay. Komisch. Ja, weil die Gegner daneben stehen. Wenn du auf ein Feld neben dem Gegner gehst, dann hofft man da auf. Komisch, komisch. What? Oh. Boah, Robin. Alter, Vater, ey. Der mich denn jetzt getroffen hat. Ja, ich bin schon wieder getroffen. Das Problem ist, du kannst ja nicht mal Musik einfügen, weil Twitch ist damit total cool. Aber sobald das auf YouTube hochlägt, kriegst du Stress. Das ist Gamer geschützt. Ich möchte das nicht. Weißt du, das ist eigentlich so Donnerstag immer zwei Stunden Streamer, haben wir da jetzt gesagt, weil Streamen wir ja momentan lustiger finden. Und den schneiden wir dann zusammen und laden wir auf YouTube hoch. Ja, hab ich gesehen. Ja, wir haben gleich 30 Minuten Standbild. Ja. Weil der Typ weg ist. Fünf Stunden. Es ist her. Ehrlich, ey. Ich krieg zu viel hier. Wollte ich auch meine Vision noch zu Ende machen. Jetzt ist halt wieder die Frage, hat Robin gerade geskippt oder das Spiel, weil Robin sich nicht bewegt hat? Das weiß ich. Ich hab Schaden bekommen. Ich möchte keinen Schaden. Das wäre ja nicht wahr. Ja, ja. Und, was machst du so Schönes? Schön, schön. Aber wär schon ein Punkt, ne? Naja. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal spontan in den Garten gehen soll und ein Haus bauen soll oder so. Während der Wartezeit ist ja kein Ding, ich mein. Alter, was ist denn das für ein Korsett? Und jetzt? Fünf Nummern enger, oder was? Ja, man muss halt richtig sitzen, ne? Ja. Das könnte ich so machen. Ja. Aber ich hab ihn gestern extra gefragt, ob wir ein bisschen eher streamen können, aufnehmen können, weil ich dann noch ein bisschen beschäftigt bin heute am Tag. Und ob das okay ist und ob das auch kein Stress ist. Nee, nee, ich muss nur Reifen wechseln. Ja, und dass er dann noch zehn Minuten weg ist und dann das Zeug, dafür hätte er das gesagt, hätten wir später anfangen können von mir aus auch. Passt zwar nicht so gut in meinen Plan, aber ist halt besser, als wenn man jetzt hier das hat, weil es passiert ja echt nix. So, ich kann jetzt hier mal so ein bisschen mit der Maus achten zeichnen ins Bild, so ein Unendlich-Zeichen. Wo kann denn hier zum Beispiel Snurk hingehen, ja? Da seht ihr die Felder. Ja. Spivel. Trudel. Schönes Ding. Schönes Ding. Da. Und das Spiel hat's wieder. Jetzt können wir wieder 20 Minuten warten gleich. Ich darf mich so lange noch mitziehen. Wollte was rein? Machen wir's. Jetzt muss er noch was diskenen. Ich werd wahnsinnig. So. Oh, der verlorene Typ ist wiedergekehrt. Gott sei Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.